Und dann können wir jetzt die zweite Qualifikation anfangen, und zwar auf unserer Lieblingsstrecke. Mal sehen, wie sich der Wagen jetzt hier so ohne Regen fährt. Oh ja, ist gar nicht schlecht. Ist eigentlich, glaube ich, bedeutend besser. Jetzt hier bloß keinen Überschlag machen. Und hier... Oh! Wow, das war knapp. Aber ich finde, die Runde ist gerade eigentlich in Ordnung. Jetzt kommt hier nochmal diese Ecke hier vorne, wo wir immer ein bisschen abkürzen. Dann auf Start und Ziel mit Vollgas. Und dann ist diese Runde auch schon zu Ende. Also ich glaube, mit dieser Zeit können wir eigentlich im vorderen Mittelfeld sein. Oh, oh, oh. Und vielleicht probieren wir es auch erst gar nicht, diese Zeit zu toppen. Weil das kenne ich auch, wenn man denn das...